Zeit für eine neue Windel von NRU. In Windel-News Folge 22 habe ich euch die Teenie-Miles vorgestellt, nachdem es bei diesem Hersteller längere Zeit ihr ruhig zu ging. Mit der Little Rascals V2 hat er eine der besten Windeln im Programm. Doch die Konkurrenz schläft nicht und irgendwann wird es Zeit, das Sortiment zu erweitern. Im Praxistest trage ich die Größe M, die für einen Umfang von 71 bis 91 cm geeignet sein soll. Die Packung enthält 10 Stück. Optisch schwimmt sie gegen den Trend und ist nach wie vor klassisch durchsichtig, was nicht schlecht sein muss. Schließlich wird die Windel nicht besser, nur weil andere Hersteller die Verpackung bedrucken und die Kosten dafür auf den Preis aufschlagen. Schauen wir uns die Windel mal genauer an. Sie hat ein großes Motiv auf der Klebefläche, von denen es drei verschiedene gibt, Bär, Tiger und einen Löwe. Eine Packung enthält mehrere Motive gemischt, wie man es von anderen Windeln wie beispielsweise Peak Abu hier kennt, die ebenfalls verschiedene Aufdrucke besitzen. Man kann also nicht gezielt nur ein bestimmtes Motiv kaufen. Zugeklebt wird sie mit insgesamt vier wiederverschließbaren Klebern aus Plastik, wie es sich bei ABDL-Windeln bewährt hat. Ebenso der höhere Auslaufschutz im Inneren, der genug Platz für Booster bietet, ob das nötig ist, erfahrt ihr später bei der Saugleistung. Außen erinnert die Teeny Miles mit ihren grünen Linien an die klassischen Krinkels, während insbesondere der Löwe das Markenzeichen von ABUS Little Kings geworden ist. Die Little Kings ist als Kottenwindel umstritten. Viele von euch mögen das Design, lehnen Karten jedoch ab, schon deswegen ist die Teeny Miles interessant. Sie setzt nämlich auf Folie als Außenmaterial, wie es bei ABDL-Windeln Standard ist. Im Alltagstest wog die Windel beim besten Ergebnis über 2,3 kg, bevor sie mit Auslaufen begann. Auch das ist ein starkes Ergebnis und liegt sogar ein klein wenig über ABU seinem neuen Spitzenmodell. Preislich ist die Teeny Miles ebenfalls interessant, sie kostet im Zehnerpack 3,09 Euro pro Stück und ist damit deutlich günstiger als die Teeny Tears. Das Konkurrenzprodukt von ABU ist nach wie vor nur im hauseigenen EU-Shop des Herstellers verfügbar und knackt die 3-Euro-Marke mit 3,70 Euro pro Windel deutlich. Dafür muss man auf den Nässe-Indikator verzichten. Aber mal ehrlich, wem ist der 61-Cent-Aufpreis bei jeder Windel wert? Noch dazu, wenn er recht lieblos als Streifen umgesetzt ist, wie ihn ABU bei dieser Windel von den medizinischen kopiert hat. Insbesondere bei ABDL halte ich den für unnötig, weil die selbst spüren oder es am Aussehen der Windel sehen, wann ein Wechsel fällig ist. Wenn überhaupt, dann sollte er meiner Meinung nach passend ins Design integriert sein, wie es Tückables mit der Unicorn gemacht hat. Hier verschwinden die Sterne bei Nässe. Oder ABU mit ihrer schon etwas älteren Little Paws. Im Alltagstest wog die Windel beim besten Ergebnis über 2,3 Kilogramm, bevor sie mit Auslaufen begann. Auch das ist ein starkes Ergebnis und liegt sogar ein klein wenig über ABU seinem neuen Spitzenmodell. Preislich ist die Teeny Miles ebenfalls interessant. Sie kostet im Zehnerpack 3,09 Euro pro Stück und ist damit deutlich günstiger als die Teeny Tears. Das Konkurrenzprodukt von ABU ist nach wie vor nur im hauseigenen EU-Shop des Herstellers verfügbar und knackt die 3-Euro-Marke mit 3,70 Euro pro Windel deutlich. Dafür muss man auf den Nässeindikator verzichten. Aber mal ehrlich, wem ist der 61-Cent-Aufpreis bei jeder Windel wert? Noch dazu, wenn er recht lieblos als Streifen umgesetzt ist, wie ihn ABU bei dieser Windel von den medizinischen kopiert hat. Insbesondere bei ABDL halte ich den für unnötig, weil die selbst spüren oder es am Aussehen der Windel sehen, wann ein Wechsel fällig ist. Wenn überhaupt, dann sollte er meiner Meinung nach passend ins Design integriert sein, wie es Tückables mit der Unicorn gemacht hat, hier verschwinden die Sterne bei Nässe. Oder ABU mit ihrer schon etwas älteren Little Paws. Ein Manko fehlt allerdings noch, ich hatte euch am Anfang ja von der knappen Klebefläche erzählt. Das hatte ich bisher bei keiner anderen Windel, daher habe ich es mir genauer angeschaut. Beim Vergleich mit anderen Windeln, wo ich dieses Problem nicht hatte, ist mir etwas aufgefallen. Die Klebefläche beginnt deutlich weiter oben, oder andersherum betrachtet, bei der Tiny Tails ist die Klebefläche ein gutes Stück weiter unten. Ich habe hier die Little Rascos V2, ebenfalls eine dicke Windel vom gleichen Hersteller. Nebeneinander gelegt sieht man, dass die Folie über der Klebefläche bei der Tiny Mals doppelt so lang ist, als bei Little Rascos. Genau das verursacht die Probleme beim Kleben, für den Schnitt der Windel sollten die Kleber etwas weiter oben sitzen, wie bei der Little Rascos V2 beispielsweise. Dort ist aber noch keine Klebefläche, also muss man zwangsweise ein Stück weiter nach unten gehen, da wird es eng und passt nicht optimal. Ein weiterer Nachteil, der sich dadurch ergibt, die Tiny Mals hat oben einen ziemlich breiten Streifen an Folie, die lose herumhängt. Bei anderen Windeln ist dieser viel kleiner und fällt nicht weiter auf, weil direkt darunter der erste Kleber die Windel stabilisiert. Auf die Saugleistung hatte das in meinem Test keinen Einfluss. Die Windel fühlte sich allerdings etwas locker an, als ob die oberen Kleber nicht richtig zugeklebt wären. Deutlich besser wird es, wenn man den ersten Kleber weiter nach oben versetzt, wie bei anderen Windeln üblich. Dadurch kann die zweite Reihe auch weiter nach oben. Leider hat das einen entscheidenden Nachteil, da hier noch keine Klebefläche vorhanden ist, reißt beim Lösen der obersten Kleber die Windel auf. Man hat zumindest aus diesen wiederverschließbaren Klebern einen Einwegkleber gemacht, unschön. Warum NRU das gemacht hat, kann ich nicht verstehen, bei den vorherigen Windeln von dieser und anderen Marken passte die Position der Klebefläche besser. Hier ist es schlechter und ich sehe nicht einmal einen Vorteil darin, nur den Nachteil, dass die Windel oben lockerer ist. Auch wenn sich das nicht auf die Saugleistung negativ auszuwirken scheint, ist der lose Teil oben doch ein unschönes Gefühl, bei dem man fälschlicherweise denkt, die Kleber hätten sich gelöst. Das kenne ich bisher nur von Windeln mit lediglich zwei Klebern, bei denen die Stabilität gegenüber vier Klebern leidet. Der Vorteil bei vier Klebern ist ja gerade, dass der erste Kleber möglichst weit oben und der zweite unten die Windel stabil am Körper festhalten. Man kann damit klarkommen. Es ist jedoch ein Nachteil, den man immer wieder merkt. Vor allem nachdem eine andere Windel getragen wurde, fällt der lockere Teil oben auf. Das macht den Vergleich mit dem Konkurrenten Tiny Tails von Abu schwieriger. Man kann daher auch nichts sagen, der Unterschied zu Abu ist nur ein höherer Preis für andere Motive und einen medizinischen S-Indikator. Den Patzer bei der Klebefläche hat sich Abu nämlich nicht geleistet, ihre Tiny Tails sitzt einwandfrei auf der dafür vorgesehenen Klebefläche, das finde ich besser. Auf der anderen Seite ist die N-R-Utinemus als Gesamtes gesehen überhaupt keine schlechte Windel, sie ist mit schönen Motiven bedruckt und hat gute Karten, eine Little Kings mit Folie für die Masse der ABDL zu werden, die Folie bevorzugt. Dicke Windeln mit hoher Saugleistung sind dort sehr gefragt, das hat ja auch meine Umfrage unter euch ergeben. Sowohl Abu als auch NRO haben damit grundsätzlich ins Schwarze getroffen, leider hat jede der beiden Windeln einen entscheidenden Nachteil. Bei Abu ist es der hohe Preis sowie für einige die schwierige Bestellung, weil man sie immer direkt bei Abu bestellen muss und nicht in freien Windelshops dazu kaufen kann. NRO ist günstiger, dafür haben sie die Klebefläche verschlimmbessert. Insgesamt gefällt mir die Tiny Miles gut, ohne das Problem mit der Klebefläche würde ich auf sehr gut gehen, weil ich ansonsten keine Kritikpunkte gesehen habe. Vielleicht finden sich zumindest Randfälle, bei denen die tiefe Klebefläche einen Mehrwert bietet? Mir fällt lediglich das etwas bessere Verstecken ein, falls eine Unterhose darüber getragen wird. Das dürfte aber eher theoretisch sein, weil solche dicken Windeln kaum mehr unter eine Unterhose passen. Wie findest du die Tiny Miles? Schreibe es in die Kommentare und vergesse nicht, meinen Kanal für weitere Windelvideos kostenlos zu abonnieren. Bleib trocken, bis zum nächsten Video! Schreibe es in die Kommentare, bis zum nächsten Video!